In diesem Video geht es um FileMaker-Relationen. Es gab mehrere Leute, die auf mich zugekommen sind, wegen den Videos, die bereits vor etwa einem Jahr erstellt wurden. Videos über das Anker-Bohje-Prinzip und es gibt natürlich einige weitere Überlegungen, die man hier anstellen kann und so möchte ich eine Übersicht machen über verschiedene Relationsmöglichkeiten, die wir in FileMaker haben, so als Reflexion auf die eigene Arbeit und als mögliche Wegweiser für die eigene Entwicklung. Ich habe hier eine Beispieldatei angelegt und in dieser Beispieldatei gibt es verschiedene Tabellen. Also wir haben hier Adresse, Kontakt, Vertrag, Verkauf, Einkauf, Brief und System. Einfach ein paar Beispiel-Tabellen mit jeweils nur einem Datensatz. Das ist nicht weiter relevant und wir können jetzt hier unter Beziehungen die verschiedenen Relationen zwischen den Tabellen angeben in FileMaker. Und da möchte ich jetzt nacheinander drei Varianten zeigen. Und diese Varianten sind dann wie folgt zusammengefasst. Als erste Möglichkeit, Relationen aufzubauen, nenne ich das sogenannte Spaghetti-Modell. Das Spaghetti-Modell ist eigentlich der Startpunkt für so fast jeden Programmierer. Man verknüpft einfach alles mit allem. Das zeigen wir nachher. Und dann das zweite Modell hat die Spaghetti-Programmierung abgelöst. Das war so eine Struktur, eine Herangehensweise, die die Probleme des Spaghetti-Modells lösen konnte. Das ist das Anker-Boje-Modell. Und dieses Modell wurde auch wieder weiterentwickelt. Und als letzte Variante gibt es dazu das sogenannte Selector-Connector-Modell, das wieder einige Möglichkeiten da erweitert. Und diese drei zeigen wir jetzt im nächsten Video. Es ist eine kleine Reise, die wir so machen. Und im nächsten Video geht diese Reise einfach etwas weiter. Es sind nur Ansätze, wie man programmieren kann. Es sind also keine fertigen Lösungen, die ich hier Schritt für Schritt erkläre. Sondern es geht darum zu verstehen, dass man verschieden programmieren kann und dass es Verbesserungen gibt. Man kann Sachen besser machen, man kann sie anders machen und dadurch auch anderes erreichen. Darum geht es im nächsten Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.